Als erstes das Gummi mit dem Knoten und dem Stopper um den Hals legen. Danach das zweite Gummi um den Kopf legen und das Alublech um die Nase herum formen. Danach das untere Gummiband am Stopper verkürzen, bis es passt. Als letztes das Tuch der Maske auf den Gummis etwas nach vorne schieben.